Die Stadtgemeinde Kapfenberg hat bei der Gemeinderatssitzung am 14. Dezember vergangenen Jahres eine umfassende Verwaltungsreform beschlossen. Die Grundzüge für die Verwaltungsreform waren einerseits eine schlankere Struktur. Das heißt, wir haben aus 27 Dienststellen, sprich 20 Referaten und 7 Geschäftsbereichen, 9 Abteilungen und 4 Stabstellen gemacht. Das bedeutet natürlich eine verbesserte interne Kommunikation, raschere Wege und einen allgemein besseren Kontakt zum unmittelbaren Mitarbeiter. Der finanzielle Aspekt sollte auch nicht außer Acht gelassen werden. Wir haben mit dieser Strukturreform dem Rechnung getragen, dass wir in den letzten Jahren rund 10 Prozent unseres Personalstandes bei gleichen Leistungen wie vorher eingespart haben und haben natürlich dadurch die Strukturen schlanker machen können. Und das kommt den Bürgern natürlich insofern zugute, als wir durch diese Einsparungsmaßnahmen wesentlich mehr Finanzen für Projekte im Sinne der Stadt und zur Weiterentwicklung unserer Stadt zur Verfügung haben. Und das ist die Strukturreform. Und das ist die Strukturreform. Untertitelung des ZDF, 2020